Du bist Bayern-Fan? Was ist passiert? Wie bist du damals auf die schiefe Bahn geraten? Bist du auch schon mal so ins Stadion oder bist du auch schon mal in der Allianz-Arena? Da sitzt er da schön mit seinem Prosecco. Und wenn der Thomas Müller ein Tor macht, so Stösschen! Nein, ein sehr guter Kumpel von mir ist auch Bayern-Fan. Guter Kumpel ist Bayern-Fan. Also er nicht so, aber seine Tochter ist ein Riesen-Bayern-Fan. Und jetzt hat die Tochter sich das neue Trikot bestellt. Ich sage, sie wollte mal gucken, wie das Trikot ankommt. Dieses von Harry Kane, dieses Weiße mit den roten Streifen. Ich sage, und wie ist es angekommen? Sagt er, du glaubst es nicht, die hat das Trikot angezogen. Die wurde beschimpft, bepöbelt, bespuckt. Man hat nach ihr getreten. Ich sage, hör auf, sagt er. Und jetzt wollen wir erst mal gucken, was passiert, wenn sie unser Haus verlässt. Ich sage, hör auf, sagt er und wie scheinbar! Ich sage, hör auf, sagt er. Ich sage, hör auf, sagt er. Aber es war wieder zu sein. Ich sage, hör auf! gravel ist ein Baum. Der war nicht mit dem Trailer Millionenсп کو zum Beispiel.